Ich nehm schon die ganze Zeit auf, mein Schatz. Du nimmst schon die ganze Zeit auf, mein Schatz. Wie schön ist das denn? Ja, oder? Du, alles gut. Also nachdem ich ja vor zwei Wochen etwas flach gelegen habe, ohne Corona wohlgemerkt. Derangiert war. Ja, ich war etwas niedergeschmettert. Tatsächlich von einer ganz normalen Erkältung oder ganz normalen Grippe. Sowas gibt es tatsächlich auch noch. Verrückt. Auf jeden Fall. Wie geht es dir in, was hast du geschrieben, Apulien? Also ich bin tatsächlich hier südlich von Bari in Italien. Das ist quasi, wenn du dir den Stiefel vorstellst, der hat ja so einen Sporn hinten dran, bevor der in die Hacke reingeht. Und etwas südlich von diesem Sporn ist dann Bari. Das ist die Stadt, von der wir übermorgen dann mit der Fähre rüber nach Griechenland setzen werden. Und von da aus ist es dann aber noch 20, 30 Kilometer südlich von Bari. Dann kommt man nach Monopoly. Und die Stadt gibt es tatsächlich, das muss man sich mal vorstellen. Mein Sohn hat mich angeguckt, als wenn ich ihm ein Auto verkaufen wollte. Tatsächlich, ja, Monopoly. Aber ich bin noch nicht ins Gefängnis gegangen. Ja, denk dran, nicht immer losgehen, sondern direkt in den Van oder in die Sonne. Ja, ich habe viel mehr Angst vor der Einkommenssteuer. Weißt du, ziehe 200 ein und gehe direkt ins, keine Ahnung, ins Gefängnis. Ja, gibt es denn auch vier Bahnhöfe in Monopoly? In Monopoly gibt es tatsächlich nur einen Bahnhof. Aber es gibt einen fantastischen Campingplatz, auf dem wir gerade sind. Und wir haben jetzt einige Campingplätze hier in Italien durch. Und dieses ist die Definition eines Campingplatzes in der Erinnerung an meine Jugend. Ich bin in meiner Jugend, in Jugoslawien, also im ehemaligen Jugoslawien, campen gewesen. Und das war so ein wilder Campingplatz damals, wo man eigentlich machen konnte, was man wollte. Die Toiletten waren auch nicht so besonders gut irgendwie. Und dies ist jetzt die moderne Variante von diesem Campingplatz. Also auch hier kann man fast alles machen, was man will. Wir stehen nahezu direkt am Meer. Wir haben eine kleine Mini-Bucht, die hier zum Campingplatz gehört. Die Sonne scheint, also zumindest bis heute Nachmittag um drei. Und wir können einfach einen guten Mann sein lassen. Von daher ist es echt mega hier im Süden. Das klingt fantastisch. Das ist es auch, mein Bester. Wie ist es denn in Deutschland? Ich auch. Also bei mir im Studio ist es trocken, wohltemperiert. Du kennst das ja, die Altbau-Klimaanlage, die du ja in den kälteren Monaten sehr häufig bemängelt hast, quasi hier, dass du frierst. Im Sommer ist das natürlich ein Vorteil. Absolut. Das heißt, es ist ja eigentlich immer sehr angenehm, wobei man auch sagen muss, wir haben heute hier im Münsterland entspannte 17 Grad mit immer wieder aufkommenden, leichten Nieselregen und einem schönen, grauen Himmel. Also es ist wirklich wunderschön. Ich wünsche, du könntest es sehen. Ich wünschte, ich müsste das nicht sehen. Ach so, muss ich ja auch gar nicht. Wie schön. Ja, wohl dem, der sich mit einem Camper in den Süden Europas abseilen kann im Sommer. Wir haben es tatsächlich gestern nochmal besprochen, meine Frau und ich. Anna hatte den Van ja gekauft vorletztes Jahr. Also schon in der Pandemie, aber vorletztes Jahr. Und da war ja Krieg, Inflation etc. pp. Der ganze Kram war ja noch gar nicht absehbar. Aber wir haben beide festgehalten, dass dieses doch noch nahezu antizyklische Kaufen von diesem Fahrzeug hier dazu geführt hat, dass wir jetzt einen haben und verhältnismäßig günstiger Urlaub machen können als Leute, die vielleicht jetzt in den Flieger steigen müssen, weil sie sonst nicht wegkommen. Also klar, ich meine, man kann auf Urlaub verzichten. Auch das ist natürlich möglich. Aber wenn man die Lust nach dem Süden verspürt, dann ist der Camper Van tatsächlich noch eine Variante, die auf jeden Fall bezahlbarer ist, als jetzt noch eben einen Flieger zu buchen. Und die Spritpreise hier sind auch, naja, überschaubar möchte ich sagen. Wir schaffen es immer irgendwie unter zwei Euro für einen Diesel. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland gerade aussieht. Ähnlich, glaube ich. Also du weißt ja, ich tanke ja nicht so oft, weil ich mein Auto glücklicherweise sehr selten benötige. Aber das letzte Mal, als ich getankt habe, beziehungsweise ich tanke ja kein Diesel, sondern Super. Ist ja auch viel günstiger. Da war tatsächlich, ja, der Super war tatsächlich bei 1,80. War ich ganz erstaunt. Wow. Ja, ich meine, gut, ist ja auch schon ein Jahr her, aber geschenkt. Achso, das Tanken. Ja. Ne, so lange leider dann doch nicht. Verdammt. Da musst du jetzt erstmal drüber nachdenken. Also das war ja, das ist dann der Nachteil daran, wenn du nicht vor mir sitzt, dann verstehe ich deinen Sarkasmus und deine Ironie noch häufiger nicht, weißt du? Ja, vielleicht müssen wir es dem geneigten Zuschauer oder Zuhörer auch vor allem mal ein bisschen näher bringen. Denn wir sitzen tatsächlich jetzt ungefähr 1300 Kilometer voneinander entfernt und haben trotzdem einen fantastischen Podcast zusammen. Mir nicht gegenüber, aber trotzdem zugeschaltet ist der fantastisch gut stilisierte, frisierte und besonders gut aufgelegte Björn Schlüter aus dem schönen Holdweg im Münsterland. Die goldenen Ohren des Münsterlandes. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute zusammengeschaltet sind, mein Lieber. Lieber Jonas, ich bedanke mich vielmals, auch wenn du leider heute nicht wie sonst üblich hier bist. Ich vermisse vor allem natürlich deine Quarkbällchen. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich das sage, weil es klingt doch ein bisschen anzüglich, wenn man sagt, deine Quarkbällchen. Aber ich finde es okay und ich freue mich sehr, dass wir eine stabile Leitung in den Süden Italiens gefunden haben. Zu meinem verehrten Freund und hoffentlich mit eingecremter Kopfhaut in Italien vor sich hin dampfender Jonas Wagner. Es ist faszinierend. Tatsächlich scheint mir die Sonne nicht nur aus dem Hintern, sondern auch auf dem Kopf, den ich mir auch tüchtig rasiert und eingecremt habe. Es hat mir trotzdem nicht geholfen. Man muss hier doch sehr vorsichtig sein im Süden. Aber mir scheint die Sonne tatsächlich auch irgendwelche besonderen Musiken in den Kopf zu pusten. Ich sitze hier immer abends vor dem Van und habe meine kleine Gitarlele dabei. Das ist im Prinzip so etwas wie eine Kreuzung aus Ukulele und Gitarre. Also sechs Seiten, gestimmt wie eine Gitarre, aber eine Quart höher. Also die E-Seite ist dann eine A. Korrigiere mich, wenn das falsch ist. Das ist eine Quarte, ne? Ist richtig. Ja, genau. Also die eigentliche dicke E-Seite ist eine A und dann geht es halt entsprechend hoch wie bei einer ganz normalen Gitarre. Und dann sitze ich hier und spiele und da kommen mir ausgerechnet Sachen in den Kopf, die ich seit Jahren nicht mehr gespielt habe, weil sie mir wahrscheinlich in der Kühle der alten Heimat nicht einfallen. Was weiß ich wie Beiler, Beiler oder der berühmte klassische italienische Klassiker, von dem viele Leute glauben, er wäre ein spanisches Lied, Volare. Na gut, mach vielleicht daran liegen, dass die Gypsy Kings den gespielt haben. Da haben die Leute das nicht getrennt gekriegt, dass man Volare als italienisch bezeichnen müsste, auch wenn es von einer spanischen Band oder spanischsprachigen Band gesungen wird. Und jetzt neulich kam wieder hinzu, weil ich ja bin auf dem Weg nach Griechenland, kam jetzt auch wieder ein Schiff wird kommen dazu, dass ich jedes Jahr irgendwie versuche, mir vorzunehmen, auf Griechisch zu spielen. Das heißt, übersetzt heißt es eigentlich die Kinder von Pireus, Tapedia to Pireu. Und jedes Jahr versuche ich wieder mir den Text zu merken und schaffe es wieder nicht, es gleichzeitig zu spielen auf der Gitarlele. Aber ich werde nicht aufgeben. Vielleicht kann ich es schon im nächsten Podcast, wenn ich wieder zu Hause bin, einmal vortragen. Wie weit bist du denn von Barbados entfernt? Ach, ich bin von Barbados keine 7000 Meilen entfernt, also von daher könnte ich da ja quasi rüberspucken, oder? Also kosmische Abstände gemessen bin ich quasi keine zehntel Sekunde davon entfernt, also zumindest keine zehntel Lichtsekunde. Da kannst du mal sehen, ich hätte ansonsten die rote Sonne von Barbados noch vorgeschlagen, auch wenn es vielleicht nicht regional passt, auch wenn ich das peinlicherweise vermutet hatte. Aber wäre vielleicht trotzdem noch ein Hit, weil ich meine, die Flippers sind ja momentan wieder schwer im Kommen, zumindest hier in der deutschen Feier- und Party-Szene. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Null. Also ich bin in Kontakt mit dem Studio, in dem Olaf der Flipper aufnimmt. Olaf mit dem unaussprechbaren Nachnamen, deswegen heißt er mittlerweile nur noch Olaf der Flipper, der Einzige, der von den Flippers übrig geblieben ist, zumindest aktiv geblieben ist. Und musste aber neulich tatsächlich auch an die Flippers denken, weil, ich weiß gar nicht, ob der Song von den Flippers ist, aber wir waren auf der anderen Seite vom italienischen Stiefel, nämlich an der Amalfi-Küste, das ist in der Nähe von Neapel. Und direkt südlich von Neapel liegt Pompeji und von da aus kann man relativ zügig mit einem Schiffchen, mit einem Bötchen rüber nach Capri setzen. Und ich weiß nicht, wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt, ist das von den Flippers? Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte auf jeden Fall sein. Ja, es klingt auf jeden Fall zu 100% danach, von daher kann man nicht behaupten, dass das jetzt zu abwegig wäre, der Gedanke. Aber was geht denn mit den Flippers? Fragt mich nicht, wie das zustande kommt, aber es gibt einen Titel, der heißt, jetzt muss ich lügen, wie er offiziell heißt, ich glaube, der heißt Dankeschön und den haben die Flippers komponiert zu ihrem 40-jährigen Bestehen oder 40-jährigen Bühnenjubiläum. Und der Text geht irgendwie so, wir sagen Dankeschön, 40 Jahre, die Flippers, was wären wir ohne unsere Fans, nee, ohne unsere Freunde, ohne euch, die lieben Fans. So, das ist der Text. Ja. Und wenn mich nicht alles täuscht und ich richtig recherchiert habe, dann ist dieser Titel knapp 12 Jahre alt oder 13. Und warum auch immer ist dieser Titel in der deutschen Partylandschaft und ich rede jetzt nicht von High-Society-Clubs oder ähnlichen, sondern ich rede von der ehrlichen Münsterländer, von den Münsterländer-Brettern, die die Welt bedeuten, also von Festzelten und ähnlichen Festivitäten hier, ist dieser Titel, ja, auf einmal der absolute Knaller und läuft rauf und runter. Also ich bin ganz erstaunt darüber, aber bisher konnte mir auch noch niemand erklären, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht weiß das ja einer unserer Hörer. Ja, es kann aber irgendwie mal uns mitteilen auf dem Wege. Schreibt uns einfach eine Mail an info at drwversteher.de. Unter drwversteher.de findet ihr übrigens auch alle Links, wo ihr dann den Podcast nochmal hören könnt, falls ihr mal irgendwo unterwegs sein solltet und den nicht hören könnt. Und hast du denn dann auch schon Anfragen von deinen Blasorchestern bekommen, dass sie den jetzt auch schon spielen möchten, den Titel? Also musstest du den schon arrangieren? Natürlich. Selbstverständlich. Das Arrangement ist schon seit einigen Wochen, geht das schon rum und wird schon fleißig natürlich gespielt. Selbstverständlich. Oder es gibt ja noch dieses interessante Liedchen namens Layla. Ne, Layla wird es glaube ich ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, Layla von Eric Clapton wird es wohl kaum sein. Ja, das wurde sich mal gewünscht. Könnt ihr Layla? Habt ihr gesagt, ja Layla können wir spielen. Das war es dann aber definitiv nicht. Ne, genau. Layla wird es genannt. Das ist eben momentan so der absolute Ballermann-Mallorca-Hit und ganz nebenbei tatsächlich auch Nummer eins der deutschen Single-Charts aktuell. Das heißt, die meisten unserer Podcast-Hörer werden den Titel vermutlich kennen, vermutlich schon mal gehört haben. inhaltlich sehr kreativ, wie immer, aber eben sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, ein typischer Song, wo vermutlich 50% der Hörer nicht zugeben, dass sie ihn toll finden. Also ich kenne den Titel nicht, deswegen vermute ich mal, der geht so ungefähr so Layla-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ja, das ist schon nah dran. Schon sehr nah dran. Also der Text lautet tatsächlich, ich habe einen Puff und meine Puffmutter heißt Laila, sie ist schöner, jünger, geiler. Ach guck mal, es gibt Dinge, die wollte ich gar nicht wissen. Also warst du eigentlich noch ein bisschen zu anspruchsvoll unterwegs. Es gibt Dinge, die wollte ich gar nicht wissen, okay, alles klar. Aber wenn ihr dann mit eurem Orchester auftritt, müsst ihr denn dann auch eine GEMA-Liste ausfüllen und die abgeben, die dann der Veranstalter entsprechend einreicht? Selbstverständlich, selbstverständlich. Und wer macht, machst du das als Orchesterleiter? Gibt es da jemanden, der das organisiert vom Orchester, irgendwie so einen Vorstandsvorsitzenden oder sonst was irgendwie? Oder fällt das auch in deinem Bereich, den du machst? Genau, das macht in der Regel irgendjemand, der aufgrund seiner Position im Vorstand oder im Orchester eben dafür zuständig ist, also unterschiedlich. Manchmal der, die Noten wahrt, also die Person, die sich auch sonst um die Noten eben kümmert. Ach, das gibt es auch. Also wie beim Fußball gibt es so ein Zeugwart, dann gibt es auch eine Notenwart. Also jemand, der die Klamotten und die Noten unter seinen Pfädchen hat. Es gibt einen Notenwart, es gibt einen Instrumentenwart in der Regel, es gibt einen Bekleidungswart, wenn es irgendwie eine Uniform oder sowas dann gibt. Ja, selbstverständlich. Das ist alles organisiert. Gibt es auch eine Rückennummer wie beim Fußball? Ne, eine Rückennummer gibt es nicht, aber es gibt meistens auch ein Getränkewart. Das ist in vielen Orchestern auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Ja, vor allem, weil der die größte Kasse hat. Ja, ja, und die meiste Arbeit. Wohl wahr, okay, alles klar. Dann habe ich jetzt heute schon wieder viel gelernt. Und Leila ist also jetzt die Nummer eins in der Regel. Gut, das passt ja in die Sommermonate wahrscheinlich rein. Und wenn Nico Santos nicht schon wieder einen Hit abgeliefert hat, dann ist das halt jetzt die Nummer eins in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das gut finden muss oder nicht, aber ich mache da einfach mal einen Strich drunter, weil die Musik, die ich mache, finden ja auch nicht alle Leute gut. Von daher ist das ja très charmant. Du, alles gut. Also jeder, wie er da mag, sage ich mal. Ich bin da offen für alles. Jede Musik hat irgendwie seinen Platz und seinen Zeitpunkt. Also ich sage jetzt mal, man muss ja auch den Ballermann oder Mallorca oder was auch immer, muss man ja nicht gut finden, muss man ja nicht hinfahren oder hinfliegen, wenn man nicht möchte. Aber die Leute, die da hinwollen, die sind dann eben schwer mit einem Tempo 100 Classic Rock Song vielleicht zu begeistern, außer ja High Cyber to Hell. Aber da gibt es dann eben Musik, die eine gewisse Funktion eben auch hat und die nach ganz bestimmten Mustern abläuft. Und da ist Schlager und alles, was da so drumherum passiert, im Schlager-Bereich ja durchaus eigentlich ein sehr interessantes Genre, weil es ja doch sehr konzipierte Musik ist, die wirklich ja immer nach dem gleichen Muster abläuft. Viele, die jetzt Schlager produzieren oder in dem Genre unterwegs sind, werden sagen, nee, stimmt ja nicht. Ja, klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ist natürlich richtig, aber das Interessante bei Schlager ist ja schon, dass ein gewisses Konzept eigentlich immer erfüllt wird und deswegen funktioniert diese Musik eben an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit eigentlich immer. Ich finde es aber so faszinierend, wenn ich dich an der Stelle unterbrechen darf, dann finde ich es trotzdem so faszinierend, dass extrem viele Leute versuchen, in diesem Schlager-Bereich genau nach diesem Schema F erfolgreich zu werden. Also das ist ja eine Sparte, wo viele Leute glauben, hey, da kann ich relativ leicht erfolgreich werden, weil das Konzept der Musik, der Texte und so weiter ist bekannt. Also es muss auf jeden Fall drei oder vier Stichwörter drin sein, je nachdem, wo du die Musik spielst. Sagen wir mal, auf dem Festzelt muss auf jeden Fall Szenensucht, Liebe, Sterne und vielleicht noch ein Wort drin sein im Text und dann hast du im Prinzip schon das Maggi für die Suppe schon drin. Und trotzdem trifft man immer wieder unzählige Studios, die noch viel unzähligere Schlager-Künstler vertreten und trotzdem schaffen es wieder nur die oberen 0,1 Prozent, also nicht viel mehr als im Rock oder bei den DJs oder sonst was irgendwie. Das heißt, vielleicht sind da mehr Leute unterwegs, aber erfolgreich werden trotzdem nur diejenigen, die die richtigen Connections haben. Würde ich in dem Fall sogar noch mehr unterschreiben, glaube ich, als in jedem anderen Genre, oder? Ich glaube, das tut sich in unterm Strich nicht viel. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mehr Schlager-Künstler gibt als irgendwie Rockbands oder so in Deutschland. Also viele laufen halt sehr, sehr weit unterm Radar. Weil ich sage jetzt mal, der Unterschied ist das soziale Gefüge. Wenn du jetzt, ich sage jetzt mal, ohne, also bitte nicht falsch verstehen, irgendwie am anderen Ende der Leitung, also ich meine jetzt nicht bei dir, Jonas, sondern bei den Hörern, ich sage mal, so eine Band gibt es ja in verschiedenen Szenarien. Ich sage jetzt mal, so ein typisches Ding ist ja einfach, das sind irgendwie drei, vier, fünf, was auch immer, Kumpels, so die treffen sich einmal die Woche, spielen vielleicht Cover-Songs, ja, oder komponieren halt ein bisschen, machen so ihre Songs. Die trinken eine Kiste Bier, haben irgendwie drei Stunden irgendwie eine schöne Zeit, quatschen irgendwie, quatschen über ihre Arbeit, über ihr Leben, über ihre Familie, was auch immer. Und dann fahren wir alle nach Hause und irgendwie dreimal im Jahr gibt es halt im örtlichen, keine Ahnung, in der örtlichen Bar, Kneipe, Jugendhaus, was auch immer, gibt es halt irgendwie einen Gig. Genau, das ist im Prinzip die Altherrentruppe vom Fußball ohne Sport. Ja, ja, genau, also einfach Leute, die das aus Hobby machen, aus Spaß, die haben eine gute Zeit zusammen. Absolut legitim, ja, super. Und, ne, die findest du natürlich nirgendwo, also die, die stehen ja nicht in der Öffentlichkeit, die versuchen ja nicht damit irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen. Irgendwie, die, die haben vermutlich keinen Instagram-Account oder so, oder wenn sie einen haben, dann ist der vermutlich eher spärlich gepflegt. Also es geht nicht darum, irgendwie Aufmerksamkeit, Reichweite zu generieren, bekannter zu werden, sondern es geht einfach nur um die Sache an sich, wie du schon gesagt hast, wie der Altherrenfußball. Im Schlager ist es, glaube ich, ein bisschen anders, weil selbst jemand, der sagt, ich mache das aus Spaß, ich kenne ja auch den einen oder anderen, der das ganz normal neben seinem Job irgendwie als Schlagersänger unterwegs ist, der vielleicht mal einen eigenen Song auch produziert hat oder produziert hat lassen meistens eher und der vielleicht irgendwie auf gewissen Veranstaltungen, was weiß ich, Firmen feiern oder Schützenfesten oder Schlag mich tot unterwegs ist und da ein bisschen singt und halt Party macht und die Leute animiert, so das Typische, der jetzt auch keine großen Ambitionen hat, irgendwie bekannt zu werden, aber trotzdem hat dieser Mensch ja die Ambition, dass der Schützenverein hinter Tupfingen ihn aber trotzdem kennt und bucht. Ja, der will ja auch gehört werden, also man macht Musik ja eigentlich einfach für die Schublade, sondern man will ja auch irgendwie gehört werden mit seinem Zeug, ne? Ja, ganz genau. Und deswegen glaube ich einfach, ist es so, dass in der Schlager oder in diesem ganzen Konstrukt, was man irgendwie zu Schlager, Partymusik so zählt, die Leute zwangsläufig immer mehr Reichweite, Öffentlichkeit haben wollen als einfach auch viele Bands, die einfach für sich als gute Zeit, als Hobby zusammen irgendwie im Proberaum oder in der Garage hocken und ein bisschen Mucke machen und ein Bierchen trinken oder so, ne? Deswegen hat man den Eindruck, es gibt extrem viele Künstler in dem Bereich, die da, ja, die da ein bisschen was abhaben wollen vom Kuchen, was auch definitiv so ist, aber ich glaube, rein prozentual unterm Strich sind es nicht mehr wie im Genre, großen, großen Genre Rock oder so. Ja, wahrscheinlich ist das prozentual genau das Gleiche, ne? Also, ich meine, klar, jeder möchte früher bei MTV sein oder bei Top of the Pops und von den Schlagerleuten möchte natürlich auch jeder bei Florian Silbereisens großer Show sein oder wahlweise Carmen Nebel, falls es die schon noch gibt oder sonst was irgendwie. Ich meine, der MDR ist da ja sehr stark in diesem deutschsprachigen Bereich, was das angeht. Und da gibt es ja auch viel zu, aber trotzdem da reinzukommen, ist schon irgendwie eine schwierige Sache, wo du letztendlich, glaube ich, auch genauso Connections brauchst. Du musst entweder im richtigen Studio aufnehmen, da muss sich der richtige Typ mitkriegen oder du bist irgendwie so vernetzt, dass du irgendwie an die Leute rankommst, die dir zumindest mal die Chance geben, dass deine Musik von solchen Leuten gehört wird, weil letztendlich bei Florian zu landen dann in der Show ist dann schon wieder eine Sache, wo du sagst, okay, alles klar, das ist ja für die deutschsprachige Partymusik, nenne ich es jetzt mal, schon eher so der Olymp da anzukommen. Also, wenn da ein Micky Krause auftritt oder was weiß ich, Giovanni Zarella und wie die alle heißen, diese Kollegen, die da unterwegs sind, wenn man das so von außen betrachtet, hat man auch immerhin den Eindruck, dass das so ein geschlossener Verein sein könnte irgendwie. Es sind immer so die gleichen Nasen, da frisch reinzukommen, scheint schon wirklich schwierig zu sein. Ja, aber ich glaube, das ist auch da nicht einfacher oder schwieriger wie in anderen Bereichen. Also, wenn ich mir so diese, man könnte es ja fast so eine Deutschpop-Mafia nennen irgendwie. Also, ich sag mal, wenn du eine Mauer rund um Berlin ziehen würdest, sag ich jetzt mal, dann hättest du auch am Ende, oder was heißt, hättest du, hast du ja so auch schon. Dann hast du 80 Prozent der deutschsprachigen Popmusik. Ja, also ist ja wirklich so, da passiert halt nun mal extrem viel. Ich habe auch viele Künstler, mit denen ich arbeite, die auch irgendwie zumindest mal temporär oder so dann da in Berlin unterwegs waren, da Songwriting machen oder sowas. Jetzt gerade noch mit einem Künstler telefoniert, für den ich arbeite, der auch sagt, ich sag, boah, bei dir ist ja mega laut, was ist da los im Hintergrund? Ja, ich bin gerade in Berlin irgendwie, ich bin hier gerade in so einem Songwriting-Camp und so und ich hoffe, dass ich hier den nächsten Step machen kann und sowas. Also, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, was natürlich für jemanden, der, keine Ahnung, irgendwo aus einer Stadt kommt, die jetzt nicht so kulturell beziehungsweise eben Musikbusiness-technisch weit vorne ist und da ist nun mal Berlin ganz, ganz weit vorne und dann kommt vielleicht mal irgendwann Hamburg. Ja, da hat sich aber auch nicht viel geändert zu früher. Also, es gab immer so ein Place to be, wo du sein musstest, wenn du da sein wolltest, wo zumindest die Chance besteht, dabei zu sein. London, Hamburg, Köln, Berlin, auch München. München war ja auch eine lange Zeit ein Hotspot, was das anging. Ich meine, Queen haben da unfassbar viel aufgenommen, Bowie in Berlin, aber ab von diesen großen Namen gab es ja immer diese, ja, diese Schmelztiegel, in denen dann, in denen man einfach sein musste. Wenn du es schaffen wolltest, guck mal, Taylor Swift zum Beispiel, die wollte unbedingt erfolgreich werden, als junges Mädchen schon erfolgreich werden und tatsächlich hat sie es irgendwann geschafft, dass ihre Eltern mit ihr nach Nashville gezogen sind, weil sie gesagt hat, ich schaffe es nicht, wenn ich nicht nach Nashville gehe und sie sollte Recht behalten, ne? Ja, es ist genau das Gleiche mit Berlin, also im Umkehrschluss, ne? Also, ein wirklich guter Freund, auch aus meiner Jugendzeit, der hat in Münster studiert, Musikproduktion und Keyboard, unter anderem beim Henningen-Fährlage hat er studiert und der wohnt jetzt seit, keine Ahnung, weiß gar nicht wie viele Jahren schon in Berlin und produziert da Musik und da merkst du auch, natürlich ist da die Konkurrenz einfach enorm groß. Das ist so. Dafür hast du natürlich irgendwie, bist du schneller in gewissen Kreisen, als wenn du jetzt, sagen wir mal, auch bei allem Internet und Remote und Arbeiten und hast du nicht gesehen. Trotzdem musst du ja erstmal irgendwie reinkommen in die ganze Szene, in dieses ganze Drehrad und das hilft schon enorm und der arbeitet mittlerweile wirklich an sehr, sehr spannenden Sachen auch mit, noch nicht so an den Top-Ten-Produktionen, sage ich jetzt mal, aber an das, was dann so danach so kommt. Und das ist immer ganz spannend. Ich quatsche leider viel zu selten mit ihm, weil er natürlich mega viel zu tun hat, aber witzigerweise habe ich ihn dann vor gar nicht allzu langer Zeit in der Halle Münsterland mal getroffen, als er aushilfsweise Keyboard bei der Showband von Luke gespielt hat, Luke Morgowitsch. Ach, ist ja ein Ding, ja. Dann habe ich ihn sogar gesehen an dem Abend, weil ich war nämlich an dem Abend mit meinem Sohn Jonathan da. Ja, ist doch gar nicht so lange her, ne? 2019, 2020? Ja, so ist die Ecke, genau. Ja, richtig, so ein Wuschelkopf, so ein Lockenkopf. Ja, ja, da war ich nämlich noch so irritiert, weil ich kannte die Band von Luke, weil ich war damals auch bei der Auswahl der Leute so ein bisschen mitbeteiligt irgendwie und die Leute kannte ich jetzt nicht, die da auf der Bühne standen, habe dann hintergefragt, was war mit der Band los, die war nicht so tight wie sonst. Ja, viel Aushilfe, da waren welche krank und deswegen mussten wir schnell reagieren. Das hat das dann sehr schnell erklärt, aber die haben sich echt gut geschlagen, also dafür, dass die mal eben so ruckizucki eingesprungen sind. Ich bewundere so Subs ja immer, die so ruckizucki mal eben so aus dem Ärmel einspringen können und die ganze Show, also 98, 99,9 Prozent des Publikums merken es überhaupt gar nicht. Schon großartig. Ja, absolut. Also das ist definitiv so. Ja. Lieber, was schwebt dir denn eigentlich vor, wenn du in Griechenland angekommen bist? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Ich habe es immer wieder vergessen. Ich habe gedacht, komm, wartest du doch einfach jetzt noch eine Woche bis zum Podcast, dann können wir das direkt mit der ganzen Community teilen. Wenn du dann mal in Griechenland angekommen bist, du hast ja jetzt fleißig Griechisch gelernt, das wissen ja die wenigsten unserer Zuhörer, aber... Fast ein Jahr jetzt, ja. Der Jonas musste dann auch nach einem Kneipen- bzw. Restaurant-Kneipen-Aufenthalt abends um 10 vor 12 noch ganz schnell seine Griechisch-App öffnen, um sein Tagespensum an griechischen Vokabeln noch zu erfüllen, was ich sehr beachtlich fand, weil ich wollte sehr gerne sehr schnell ins Bett gehen. Wenn du dann in Griechenland angekommen bist, wirst du dann auch ausschließlich Griechisch sprechen? Oh, das wäre toll, wenn ich das könnte. Tatsächlich ist das... Also ich stelle das jetzt hier auch gerade in Italien fest. Wir sind jetzt gerade seit zwei Wochen in Italien oder in der zweiten Woche in Italien und ich habe jetzt meine Sprach-App umgestellt, dass ich auch parallel jetzt Italienisch lerne, was mir irgendwie witzigerweise leichter von der Hand geht. Macht vielleicht daran liegen, dass das eine romanische Sprache ist und ich auch mal Lateinisch in der Schule hatte. Aber insgesamt ist eigentlich... Mein größter Traum wäre eigentlich jede Sprache der Welt zu sprechen. Einfach irgendwo hinzufahren, mich mit allen unterhalten zu können. Ich habe jetzt ein Jahr lang jeden Tag mit meiner Sprach-App fleißig geübt und deswegen muss ich halt auch jeden Tag mein Pensum machen. Und mein Wunsch ist schon, dass ich mich irgendwann auch unterhalten kann. Ich stelle nur fest, dass bei der Sprache gibt es zwei so Ebenen. Es gibt einmal die des passiven Wortschatzes und des Verstehens. Also du kannst dich irgendwo hinsetzen und zuhören. Und dann gibt es den des aktiven Anwendens. Und jeder, der sich mal lustig gemacht hat über Leute, die nach Deutschland kommen und mit den verschiedenen Fällen bei uns durcheinander kommen, mit Akkusativ, Dativ, Genitiv und so weiter und so fort, der wird relativ schnell feststellen, dass es in anderen Sprachen nicht leichter ist. Also außer vielleicht im Englischen noch. Aber im Griechischen, das wissen die wenigsten, die griechische Sprache und die neudeutsche Sprache sind eigentlich relativ nah beieinander. Das habe ich mal von einem Griechischlehrer, mit dem ich mal zu tun hatte, erfahren. Denn Martin Luther hat die Bibel damals aus dem Altgriechischen übersetzt. Und deswegen ist so die Satzfindung oder die Satzstruktur vom Griechischen und vom Deutschen relativ nah beieinander. Also näher zum Beispiel dran als vom Griechischen zum Englischen. Und bevor ich jetzt zu tief aushole, ich muss Griechisch lernen auf dem Umweg über Englisch, weil es natürlich keine Sprach-App gibt, weil sie sich wahrscheinlich auch nicht lohnen würde, die Griechisch-Deutsch lehren würde. Also muss ich Griechisch-Englisch lernen und verbessert gleichzeitig darüber meine Englischkenntnisse. Und zumindest Italienisch kann ich jetzt Italienisch-Deutsch lernen. Aber mein Wunsch wäre tatsächlich, um darauf zurückzukommen, dass ich mich da unterhalten kann. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es noch so, dass ich versuche, mich zu unterhalten, mehr Radebrechen, also mit der örtlichen Bäckersfrau oder mit dem Metzger oder mit unseren Freunden, wo wir unterkommen jedes Jahr. Aber dass ich mehr zuhören werde, um noch mehr zu verstehen, wie die Sprache funktioniert. Und dann in einem Jahr sehe ich mich schon da angekommen, dass ich dann da tatsächlich auch so mich auch mal im Café mit jemandem unterhalten kann, der da einfach sitzt. Das wäre ein großer Wunsch von mir tatsächlich. Und um jetzt auf den Urlaub zu kommen... Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du mehr zuhören willst als reden. Das entspricht ja eigentlich gar nicht deinem Naturell. Wie kommst du denn darauf? Ich weiß jetzt nicht, wie ich darauf komme. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich kann dir eine Geschichte erzählen. Ich versuche ja schon seit längerem Griechisch zu lernen. So strukturiert mache ich das jetzt seit einem Jahr. Und habe vor Jahren schon einen relativ großen passiven Wortschatz gehabt. Und saß also am Strand und neben mir saßen ein paar Jugendliche, die unterhielten sich über alle Leute, die vorbeigingen und über das, was so am Tag ging. Und da die Sprache in der Jugend relativ reduziert noch zu sein scheint, also nicht so differenziert, saß ich jetzt daneben und die wussten nicht, dass der Deutsche so 50 Prozent von dem versteht, worüber die reden. Und wenn du 50 Prozent verstehst, den Rest baut sich dein Hirn dann eh zusammen. Und ich fand das sehr amüsant, daneben zu sitzen und einfach nur zu schmunzeln, dass die Themen bei den Jungs keine anderen sind als bei den Jungs in Deutschland. Und eine andere Geschichte ist, ich habe mir immer Sorgen darum gemacht, dass mein Wortschatz zu gering ist. Und habe dann mal aber in Deutschland ganz aktiv beobachtet, wie viele Wörter ich so im Alltag brauche eigentlich. Also wenn ich so im Alltag unterwegs bin, einkaufen, Besorgung machen irgendwie und so und so, tanken. Auf Deutsch jetzt meinst du? Auf Deutsch, genau, habe das beobachtet. Und letztendlich viel mehr als, na, wie ist es, gut, auch gut, ja tschüss, schönes Wetter heute und so weiter. Das waren keine 100 Wörter. Und seitdem bin ich relativ entspannt, wenn ich in Griechenland unterwegs bin, weil ich denke, ja die 100 Wörter habe ich auf jeden Fall drauf und im Italienischen im Zweifel auch schon. Sehr gut, das heißt, wenn du das nächste Mal dann hier bist, wenn wir den Podcast wieder hier aufzeichnen oder bei dir im Studio, dann können wir anschließend auch zum Italiener gehen. Wir müssen nicht zwangsläufig zum Griechen gehen. Ne. Das ist jetzt, ne ist griechisch und das ist ein bisschen verwirrend, ne heißt ja. Da kommt der ein oder andere Deutsche durcheinander, ein Bekannter von mir, der hat in Griechenland, wollte der heiraten, weil der wollte nie heiraten. Aber er hat gesagt, wenn ich heirate, dann in Griechenland, weil wenn der mich dann fragt, ob ich heiraten will, dann sage ich ne. Ne. Das war so seine Rechtfertigung vor sich selbst. Letztendlich, ja, er hat tatsächlich in Griechenland geheiratet und ist dann seitdem auch schon über 10 Jahre mittlerweile glücklich verheiratet. Und was den Rest angeht, ich würde da tatsächlich gerne, super gerne meine Sommer verbringen. Wenn das gehen würde irgendwie unter Bäumen mit quietschenden Zikaden und dieser ganze Flair. Und was ich auch großartig finde, ist, dass in den südländischen Städten oder im Süden, dass die Leute tatsächlich über Tag einfach mal zur Ruhe kommen können und dürfen. Der Deutsche darf ja irgendwie nie zur Ruhe kommen. Wenn du tagsüber arbeitest, darfst du ja nicht irgendwie zur Ruhe kommen. Eine Mittagspause irgendwie mal ein Halbstündchen hinlegen, da wirst du ja schon schief angeguckt in der Firma. Aber hier ist es einfach auch wegen der Hitze, dass einfach alles im Mittag einfach mal zur Ruhe kommt. Also hier auf dem Campingplatz zum Beispiel, wo wir jetzt gerade sind, da gibt es von 13 Uhr bis 16 Uhr ist Ruhepause. Da fährt kein Auto, da gibt es keine lauten Geräusche. Und so spießig, wie das klingen mag irgendwie, wenn man sich erstmal darauf eingelassen hat, hat das was unfassbar Beruhigendes, einfach mal drei Stunden am Tag die Lunte hängen lassen zu können und sie nicht dauernd anzünden zu müssen, weißt du? Ja, ich kann das ganz gut nachvollziehen. Ich bin auch eher so der Typ, Stress ist gut und vielleicht auch gewissermaßen wichtig, so für den Selbsterhaltungstrieb, nenne ich es jetzt mal. Also ich funktioniere auch definitiv besser mit einem gewissen Stresslevel. Also das muss jetzt nicht immer auf Anschlag sein oder sowas, aber ich bin auch ultra schlecht im Nichtstun. Und das ist tatsächlich eine Sache, die ich jetzt hier auch wieder tatsächlich auch lernen und zulassen muss. Nichtstun, wirklich, also ohne schlechtes Gewissen zu sitzen, zu atmen, Löcher in die Luft zu gucken, zu lesen und nicht zu denken, was könnte ich jetzt während der Zeit auch noch alles machen. Wie du dir sicherlich vorstellen kannst, habe ich, bevor ich jetzt hier in den Süden gestartet bin, unfassbar viel vorbereiten dürfen für den Premium-Bereich. Im Recording-Blog habe ich eine ganze Menge vorbereitet, weil ich ja, wie gesagt, erst im August wieder da bin und habe dann also alles doppelt und dreifach vorbereitet, was ich sonst einfach so nebenbei, nicht nebenbei, aber was ich so in Ruhe machen kann. Und habe dann extrem viel Stress gehabt und dann so die ersten zwei Tage, die wir im Van saßen und nur gefahren sind, als wir dann am Gardasee angekommen sind, habe ich da gesessen und ich konnte überhaupt nicht still sitzen. Also es war nicht in meinem Naturell zu sitzen und nichts zu tun, das war so schwer. Ich würde das zu 100% unterschreiben. Also ich kann das absolut nicht. Einfach, also ich wette, ich könnte nicht mal fünf Minuten irgendwo sitzen, ohne zumindest das Handy rauszuholen und irgendwie mal Mail zu checken oder Instagram oder was auch immer. Name it, Facebook, irgendwas, weil irgendwo ist ja immer Arbeit. Also zumindest kannst du dir ja als Selbstständiger, das werden viele Hörer mit Sicherheit auch so sehen und bestätigen können, du kannst dir ja immer Arbeit suchen in der digitalen Welt. Ja, absolut. Nur die Frage ist ja am Ende des Tages, ist es dann immer sinnvoll? Also bringt das, was du dann in dem Moment machst, bringt es dich oder bringt es dein Business dann in dem Moment wirklich effektiv weiter? Oder ist es einfach auch gewissermaßen einfach eine Sucht? Tatsächlich stand das neulich auch im Spiegel im Bericht darüber, dass viele Menschen mittlerweile schon Arbeitssucht haben, also einfach gar nicht mehr ohne die Arbeit können. Aber meine gute Freundin Gabi Köster sagte mal, irgendwann das Gute an der Arbeit ist, die ist ja morgen auch noch da. Also die läuft ja nicht weg. Das heißt also, es ist auch durchaus mal legitim zu sagen, heute mal nicht. Und der Tag des Herrn, da kann man jetzt drüber streiten, ob das jetzt sinnvoll ist, ob das von der Kirche verordnet ist oder sonst was irgendwie, aber mal einen Tag nichts zu tun, ist vielleicht gar nicht so verkehrt, das zuzulassen. Und ich habe dafür mich so eine kleine Übung entwickelt, wenn ich beim Arzt bin, ich bin jetzt über 50, also bin ich ein bisschen häufiger beim Arzt, einfach nur zum Checken, aber wenn ich beim Arzt bin, mich zu zwingen, nicht das Handy rauszuholen und stattdessen entweder Löcher in die Luft zu gucken oder die Leute zu beobachten, wie lang die es aushalten, rumzusitzen, bis sie zum Handy greifen. Das mache ich mittlerweile mit großer Freude überall, wo ich Leute sehe, die sich einfach mal irgendwo hinsetzen, was weiß ich, Kaffee, eine Parkbank oder sonst was irgendwie. Und wenn ich die Möglichkeit habe, beobachte ich immer mal ganz gerne, wie lange die wohl brauchen, wie lange die aushalten, nicht auf ihr Insta zu gucken oder sonst was irgendwie. Aber ich wäre auch unter den genannten Kandidaten, also das ist so ein Automatismus irgendwie, besonders eben in Momenten, wobei noch nicht mal jetzt in diesen Momenten, eigentlich ist es immer so, ein Medium reicht ja nicht mehr. Das heißt irgendwie beim Fernsehgucken dauert es in der Regel auch nicht lange, kommt natürlich so ein bisschen auf den Inhalt an, der läuft, aber ich sag mal, wenn es jetzt nicht wirklich ein sehr spannendes Programm ist oder sowas, dann ist das Handy da auch schon in der Hand. Und in anderen Situationen, sobald man eben weiß, keine Ahnung, ich tue was in die Mikrowelle und stelle die Mikrowelle auf eine Minute ein, dann habe ich ja eine Minute nichts zu tun. Ja, so ein Ärger. Also das geht ja gar nicht, weil das würde ja dementsprechend, dass ich jetzt eine Minute Freizeit hätte. Also du merkst schon, vermutlich sollten wir einfach tauschen. Du kommst schnell nach Holtwig und arbeitest die nächsten vier Wochen hier bei mir im Studio und ich werde mich einfach bei dir vor den Van setzen und Löcher in die Luft gucken. Das klingt ja so verlockend, aber ich wiederhole es nochmal, die Übung ist echt, also als wir hier angekommen sind in Monopoly, hat mich meine Frau gefragt, was machen wir jetzt? Wir hatten vorher, hatten wir Gardasee gemacht, dann haben wir Rom haben wir besucht, wir haben Neapel gesehen, wir haben Pompeji gesehen und so, überall Sightseeing gemacht. Was machen wir jetzt in Monopoly? Ich sag, einfach mal nur sitzen und atmen, wie wäre es mal damit? Also einfach mal zuzulassen, mal runter zu kommen aus dem Riesentrott. Und die Übung klingt so easy, setz dich hin, guck und hab kein schlechtes Gewissen dabei rauszugucken oder aufs Meer oder sonst was irgendwie, ist nahezu nicht direkt machbar. Also da wirklich diesen schlechter Gewissenfaktor auszuschalten und zu sagen, nee, es ist okay, dass ich jetzt hier sitze, ist wirklich, weiß ich woher das kommt, irgendwie, ob das nur in unseren deutschen Genen ist oder ob das generell in unserer getriebenen Zeit so ist. Meine Kids haben ja auch ständig irgendwelche Bildschirme vor dem Gesicht und auch beim Fernsehen, bei einigen Sendungen heißt das ja Second Screen, dass man so zusätzliche Informationen irgendwie nochmal bekommt, weil die Information von vorne reicht ja alleine nicht irgendwie. Aber einfach mal hinzusetzen und einen Film zu gucken, ohne das Handy dabei in der Hand zu halten, ist auch eine Sache, wo ich den Kindern manchmal sage, jetzt leg doch mal das Ding zur Seite irgendwie. Also ich weiß, wie schwer das ist, aber lass es uns doch wenigstens einfach mal versuchen. Und das scheint auch kein Generationending zu sein. Also so nach dem Motto, so oberhalb von 60 macht man das nicht so, weil man nicht mit dem Handy aufgewachsen ist. Ganz im Gegenteil, ich beobachte hier so viele Leute, die wirklich auch ständig die Telefone in der Hand haben. Und sei es nur, um eben mal kurz zu gucken, wie das Wetter in einer halben Stunde ist. Wo du sagst, ja, weißt du doch in einer halben Stunde eh schon. Also spätestens in einer halben Stunde weißt du, wie das Wetter geht. Naja, du hast mir gesagt, du erwartest Regen gegen 15 Uhr. Also ich würde sagen, das hast du auch nicht ohne App herausgefunden, oder? Meine Tochter hat es gesagt. Und in diesem Fall habe ich es dann nochmal kontrolliert natürlich, damit ich auch sicherstellen kann, dass sie auch keinen Fehler gemacht hat. Logo. Sehr schön. Ja, aber momentan muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich auch gar nicht traurig darum, dass ich nicht in Monopoly in Italien sitze und Löcher in die Luft gucke. Weil einfach viel zu viele spannende und wirklich tolle Songs hier bei mir auf dem Schreibtisch standen. Ja, erzähl doch mal, was da am Start ist. Was da so am Start ist. Also ich habe tatsächlich ein super diverses Programm irgendwie jetzt diese Woche bisher gehabt. Also ich hatte von Hard Rock, würde ich es jetzt mal nennen, ganz, ganz, ganz spannend, zwei Songs von einer Band namens Bourbon Bastards. Hat mir sehr gut gefallen. Der Name, also so richtig schöner, klassischer, ja, Classic, schräg, schräg Hard Rock, kann man irgendwie nicht so ganz genau definieren. Das war toll. Dann ein Album für einen englischen, also für einen Rapper, so kann man es nennen. Das ist so ein bisschen Rap meets A&B, so ein bisschen, also aus UK, habe ich gemacht Anfang der Woche. Sehr, sehr spannend. Und dann habe ich nach relativ langer Zeit, also ich würde jetzt sagen, ich hatte bestimmt zwei, drei Monate keine elektronische Musik mehr. Okay. Also so richtig elektronische Musik im klassischen Sinne. Tatsächlich zwei Techno-Tracks gemacht, was sehr spannend war, weil, ich nenne da jetzt mal keine Details, die Mixe waren tatsächlich nicht so toll, was der Produzent aber wusste. Aber wie geht das? Ich meine, das sind doch alles vorprozessierte Sounds normalerweise, die ja genutzt werden. Ja, da lag es tatsächlich eher dann an raumakustischen Sachen. Ah, okay. Warum das nicht so gut geklappt hat, ist auch übrigens jemand, der sehr, sehr eifrig den Recording-Blog schaut und hört. Deswegen weiß ich, dass er diesen Podcast auch hört. Und genau, wir haben ja herausgefunden, es lag auf jeden Fall vieles an der Raumakustik, wo man vielleicht auch mal wieder einhaken kann und sagen kann, auch kleinste Dinge, die man anpasst oder die man verändert in seinem Homestudio, in seinem Bedroom, in seinem was auch immer, wo man eben sitzt und Musik macht, können da manchmal einen riesengroßen Einfluss haben, weil wir tatsächlich dann so ein bisschen gequatscht haben, nachdem ich ihm, also es sollte eigentlich ein Stereo-Mastering sein, ganz klassisch. Er hat mir den Mixe dann zugeschickt und ich habe reingehört und habe gesagt, du pass auf, klar, kann ich da mit Sicherheit was machen, kann ich das verbessern auch noch, kann es eben mastern, aber der Mehrwert ist nicht groß genug eigentlich. Der steht eigentlich in keinem Verhältnis auch zum finanziellen Aufwand. Ja, ja, genau. Er hat gesagt, also das wird den Song weiterbringen, aber es wird nicht reichen, um den Song wirklich auf ein Niveau zu bringen, wo er hin muss. Und dann haben wir ein bisschen gequatscht und haben uns dann darauf geeinigt, dass er mir dann Stems zukommen lässt, also dass wir ein Stem-Mastering machen, wo ich dann eben Einfluss hatte. Es gab zwei große Problembereiche, einmal wirklich der Bass, Schrägstich-Sub-Bass-Bereich und einmal die tiefen Mitten. Und was eben genau beides dann Bereiche waren, wo die Raumakustik, genau, ihm da einen Streich gespielt hat. Und ich habe ihm dann die Master geschickt und ich für meinen Teil war dann sehr zufrieden mit den Songs. Er war auch zufrieden, hat aber trotzdem irgendwie nicht so richtig dann hören können, was passiert ist, beziehungsweise ihm war es dann teilweise schon fast zu wenig Bass irgendwie. Und dann haben wir uns das Ganze nochmal angeschaut. Er ist dann mit dem Handy, mit FaceTime sozusagen einmal durch seinen Studioraum gelaufen, hat mir so die Ecken gezeigt und sowas. Und wir haben dann tatsächlich einfach nur zwei, drei Kleinigkeiten mal gemacht, mehr oder weniger gemeinsam. Also ich habe ihm Sachen gesagt, er hat sie dann umgesetzt und ich habe dann eine ganz, ganz coole Sprachnachricht von ihm bekommen. Ja. Irgendwie so zwei Stunden später oder sowas, wo er gesagt hat, ja okay, klar, wenn man natürlich nicht wirklich beeinflussen kann, was man hört, dann kann man natürlich auch nichts zum Mix oder zum Master sagen. Und der war eben vollkommen begeistert, was man mit ganz wenig Aufwand für Veränderungen herbeiführen kann. Habt ihr noch ein bisschen rumgeschoben oder habt ihr auch reingebaut? Also ein bisschen Bassfall und Zeug so oder sonst was irgendwie gemacht irgendwie? Nee, gebaut großartig hat er in der Zeit überhaupt nicht. Also er hatte wirklich nur Noppenschaum an den Wänden irgendwie geklebt. Aber wir haben so ein bisschen gequatscht und wir sind dann zu dem Punkt gekommen, dass ich ihm gesagt habe, der günstigste oder mit der günstigste, praktikabelste Weg, einen Absorber zu bauen, ist halt einfach, du nimmst ein Regal, zum Beispiel ein Billy-Regal oder Name it, Ikea, was man vielleicht irgendwo so rumstehen hat. Machst halt die Türen ab, wenn es welche gibt und stoffst das halt voll, im besten Fall mit Steinwolle. Im schlimmsten Fall, wenn du keine Steinwolle hast, keine Ahnung, nimmst du jetzt mal Kissen oder halt irgendwas Weiches, irgendwas, was Masse hat, Decken, schlammig tot. Und er ist dann halt tatsächlich losgefahren, er hat gesagt, ja, ich habe irgendwie noch zwei Billy-Regale, die stehen hier rum von seiner Studentenbude oder was auch immer. Und ist dann losgefahren. Ich stand schon draußen für den Sperrmüll, was? Ja, irgendwie im Keller oder im Dachboden, wo man das halt so hinstellt. Und er ist dann einfach in den Baumarkt gefahren, hat irgendwie drei oder vier Pakete Steinwolle gekauft, hat die da reingehauen. Und seine Frau ist irgendwie, ja, näht auch oder sowas irgendwie. Habe ich direkt eine Empfehlung mal an deine Frau weitergeleitet. Ja, einfachnähen.de. Nicht vergessen, liebe Zuhörer, wenn die Frau näht, bei einfachnähen.de reinzugucken. Einfacher kann man nähen nicht lernen und tolle Sachen machen. Also das zum Werbeteil hier an der Stelle. Genau, wollte ich genau so sagen. Außer, dass ich es bisher noch nicht beurteilen kann. Vielleicht muss ich auch mal einen Nähkurs bei deiner Frau machen. Aber meine Schwiegermama ist ja schon erfolgreiche Kundin. Ja, auf jeden Fall ist der Kollege da einfach losgefahren, hat Steinwolle gekauft, die da reingestauft und seine Frau hat dann mal eben quick and dirty sozusagen da einen Stoff drüber gezogen. Ja. Das Ganze, wie gesagt, war ein Zeitaufwand von einer knappen Stunde oder sowas, weil zwei Stunden später hat er mir dann schon dieses Sprachnachricht gestickt und wir haben die Boxen halt ein bisschen anders aufgestellt. Er hat diese zwei Bidi-Regale hingestellt und er hat einfach deutlich leiser abgehört. Ja, auch das hilft, ja. Nicht mit Pegel auf Anschlag irgendwie 90, 95 dB oder höher, sondern ich hab gesagt, mach einfach mal dein Interface, zieh das einfach mal ein kleines bisschen weiter runter, ein paar dB und schon konnte er viel, viel besser wahrnehmen, was passiert, was eben bei seinem Mix auch das Problem war oder die Problemstellen waren, die er vorher trotz Hinweis von mir einfach überhaupt nicht wahrnehmen konnte. Ja, hat sie nicht gehört. Also ich hab ihm gesagt, pass auf, das und das ist das, genau, das und das ist das Problem. Aber er hat gesagt, okay, ich vertraue dir, ich glaube dir, aber ich höre das hier nicht. Und ja, jetzt hat er eben zumindest eine Abhörsituation, die jetzt mit Sicherheit nicht ideal ist, nicht perfekt ist, aber die zumindest so weit schon mal funktioniert, dass er bis zu einem gewissen Punkt definitiv arbeiten kann, ja, an seinen eigenen Produktionen arbeiten kann und er war auch ganz erstaunt, wie nah, also er hat mir gesagt, er hört seine Mixe immer auf bis zu vier bis sechs Lautsprechern irgendwie, also im Studio, dann noch auf Kopfhörern, dann noch auf Earports, dann geht er ins Auto, dann hat er noch eine Hi-Fi-Anlage, er hat eine Bluetooth-Box, Auto, klar, habe ich schon gesagt. Und er hat gesagt, mittlerweile ist er erstaunt, wie gut er das schon voraussagen und einschätzen kann, wie es dann eben klingt. Ja, ihr seht das jetzt nicht, aber ich nicke heftig mit dem Kopf da draußen, weil es ist tatsächlich bei mir auch, seit ich mit meinem Raum fein bin, kontrolliere ich meine Mixe überhaupt nicht mehr im Auto. Den Schritt kann ich mir sparen, weil ich weiß mittlerweile, wie es bei mir zu Hause klingt. Und kleiner Tipp noch an den Kollegen, hör dir professionelle Musik dann jetzt über die neue Anlage in Anführungszeichen an und lerne, wie die jetzt da klingt, weil dann weißt du auch, wie deine Musik zu klingen hat. Mona, das weiß er doch schon lange von mir, Mensch. Ja, aber dann hört er sie wenigstens auch in der Umgebung da, wo er auch Musik macht. Die wenigsten Leute hören ja tatsächlich Musik da, wo sie sie auch machen. Meistens, wenn ich frage, hast du dich schon mal hingesetzt in deinem Studio oder an dem Platz, wo du Musik machst und hast dir da mal ein paar Hits angehört, Sachen, die du gut findest, dann sagen die, nö, die höre ich ja immer im Auto. Ja, ich sage, dass du weißt, wie der Song im Auto klingt, weiß ich. Aber weißt du, wie der klingt da, wo du eigentlich deine Musik machst? Nee. Und die Aufgabe ist dann einfach, sich jeden Tag eine halbe Stunde hinzusetzen und erst mal zu lernen, wie die eigene Abhöre funktioniert. Und dann gibt es ganz viele Leute, die wirklich mit ganz wenig Aufwand, so wie du es gerade beschrieben hast, wirklich immense Fortschritte machen. Allein schon, wenn sich die Nachhaltzeit im tieffrequenten Bereich so stark reduziert, dass eben nicht alles weggewummert wird oder so. Oder wenn du den Punkt gefunden hast, wo eben nicht die Raummode bei, was weiß ich, bei 90 Hertz dir die Löffel wegdrückt und du keinen Bass mehr reinmischt, weil du denkst, es ist immer zu viel und so weiter und so fort. Also das ist echt, ja, habt ihr super gemacht. Großartig. Ich bin ein totaler Fan von der kleinen Maßnahme. Ja, genau. Also das sind natürlich, je nachdem, was man am Ende des Tages haben möchte für ein Ergebnis oder was man als Ziel hat. Das ist mit Sicherheit keine Umgebung, um zu mastern oder zumindest für sich selber kann man ja machen, was man möchte, aber zumindest nicht, um professionell zu mastern. Aber das ist mit Sicherheit eine Umgebung, wo man eine Produktion und dann eben, wie du schon gesagt hast, das sind alles vorprozessierte Sounds. dementsprechend passiert der Mix ja eigentlich in der Produktion häufig schon parallel, dass man da schon zu sehr, sehr guten Ergebnissen oder zumindest sehr, sehr weit kommen kann, weil letzten Endes geht es ja, bei vielen geht es ja gar nicht um die letzten 10%. Das klingt jetzt auch ein bisschen doof oder vielleicht ein bisschen von oben herab oder so, aber bei vielen geht es ja gar nicht um die letzten 10% rauszuholen, sondern bei vielen geht es ja darum, überhaupt erstmal ein stabiles, ein funktionierendes Konstrukt, sprich einen balancierten Mix hinzubekommen. Da reden wir ja noch gar nicht über Feintuning, über Automation, über den Unterschied zwischen dem 1176 von Waves und dem von Universal Audio, sondern da geht es ja dann einfach nur darum, überhaupt erstmal diese Basis, dieses Fundament zu legen für all das, was da hinten noch passiert. Mein Freund Uwe hat mal gesagt auf die Frage, was willst du eigentlich erreichen? Ich habe ihm die Frage gestellt, was willst du eigentlich mit deiner Musik? Und er sagte, ich will, dass meine Musik einfach nur tageslichttauglich wird, dass ich sie vorzeigen kann. Und da haben wir zwei Jahre dran gearbeitet und neulich hat er, er ist jetzt zum zweiten Mal schon beim Hofer Contest dabei und reicht seinen Song da ein und kriegt auch gute Kritiken und ist jetzt selbst auch so selbstbewusst, dass er sagt, nee, jetzt ist meine Musik tageslichttauglich. Und wenn ich mir Mixe von vor zwei Jahren anhöre, dann war ich sowohl musikalisch als auch mixtechnisch, noch lange nicht da, wo ich heute bin. Und diesen Satz, dass meine Musik tageslichttauglich wird, den habe ich mir gemerkt, weil den finde ich großartig, weil das ist jetzt nicht irgendwie, ich will ein Weltit schreiben oder ich will den zweitbesten Clapton-Cover-Song der Welt machen. Nein, ich will, dass sie tageslichttauglich ist, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich sie auf einer fremden Anlage vorstelle, wenn ich sie bei irgendjemandem im Auto spiele oder sonst was irgendwie mache. Das darum geht es. Das finde ich, ja, das ist ein hehres Ziel und auf jeden Fall immer erreichenswert. Ja, jeder startet ja an einem anderen Punkt. Jeder hat ein anderes Ziel, jeder hat eine andere Idee, jeder hat ein anderes Ideal, wonach er vielleicht auch strebt. Aber das, was du gesagt hast, tageslichttauglich machen, ist auf jeden Fall immer Step 1 für jemanden, der sich ausprobiert oder der anfängt. Und jemand anders hat vielleicht das Ziel, naja, langfristig kommerziellen Erfolg auch mit Musik zu haben. Das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise in dem Moment dann eben auch ist. Also klar, als Songwriter oder was auch immer, noch mal wieder was anderes, als wenn jemand jetzt sagt, ich möchte gerne hauptberuflich Musik maastern. Dann hast du wieder eine andere Voraussetzung, die du an deinen Raum, an deine ganze Abhörumgebung natürlich haben solltest, haben musst. Aber im Zweifel alles, was, naja, wenn du es jetzt nicht beruflich, nicht kommerziell verfolgst, alles, was erstmal deine eigene Musik, die du ja dann im Zweifel produzieren oder aufnehmen wirst zu Hause, was dein eigenes Projekt besser macht und nicht irgendwie 25.000 Euro kostet, sollte man auf jeden Fall tun. Und wenn es nur darum geht, irgendwie, ich sag jetzt mal, für einen Hunni ein bisschen Steinwolle zu kaufen oder was auch immer das gekostet hat oder vielleicht, keine Ahnung, sich mal ein Messmikrofon zu kaufen oder zumindest mal sich mit dem theoretischen Wissen eines Dreiecks für die Abwehrsituation oder sowas zu beschäftigen. Das sind ja alles Dinge, das ist keine Atomphysik. Das Wissen ist überall kostenlos zu finden. Da gibt es sehr fundierte Quellen. Wenn ich da an den Markus Bertram B-Akustik denke, der auch sehr viele Videos oder in sehr vielen Videos bei YouTube auch darüber erzählt, wie man eben mit mehr oder weniger DIY-Mitteln dann Ergebnisse erzielen kann im Homestudio oder bei sich zu Hause. All diese Ressourcen, genau wie wenn Jonas erklärt, keine Ahnung, wie man Vocals besser in den Mix integriert. Im Recording-Blog gibt es ja auch andere Ressourcen, die man nutzen kann, als Grundvoraussetzung dafür, überhaupt zu hören, was man überhaupt verändert, wenn man irgendwo dran dreht oder wenn man vielleicht auch irgendeinen Tipp oder Trick aus dem Recording-Blog von uns beiden oder von dir dann irgendwie anwendet. Ja, das Ding ist aber, also man muss wirklich darauf achten. Es gibt ja zwei Welten. Es gibt die eine, dass du dich mit der Thema, genau das, was du gerade gesagt hast, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, sich das theoretische Wissen aneignet, sich damit auseinandersetzt, auch mal seinen Raum misst und das kostet ja alles Zeit. Und dann gibt es auf der anderen Seite diese Instant, mit diesem Klick wird alles besser Lösung, die die Plugins, was weiß ich, Sonarworks und so weiter alle versprechen, was natürlich bis zu einem gewissen Grad gut funktioniert. Sonarworks auf dem Kopfhörer sicherlich okay, aber viele Leute glauben, dass sie ohne dieses Wissen auch zum Ziel kommen können. Und mein Tipp ist immer nur, Leute, vertraut dem nicht. Setzt euch intensiv damit auseinander, damit ihr wisst, was ihr tut und warum ihr es tut. Und dann habt ihr auch den großen Vorteil, dass ihr dann später, wenn irgendwas nicht funktioniert, erkennt, warum etwas nicht funktioniert. Und man muss einfach Zeit mitbringen und das nimmt dir quasi keiner aus der Hand. Man kann sich mit Leuten wie dir, Björn, oder mit mir auseinandersetzen und das dann interaktiv dann herausfinden und erarbeiten oder auch mit Leuten wie Markus Bertram zum Beispiel interaktiv herausarbeiten, was immer eine gute Investition ist, definitiv. Und da ist das Geld auch immer gut angelegt, weil die Zeit, die du da quasi bezahlst, aber mit Geld aufwertest, das holst du hinten raus zehnmal wieder rein, weil du viel schneller zielgerichtete arbeitest. Genau das, was du gerade gesagt hast, dass man wirklich endlich hört, was man da macht. Und dann werden deine Mixer auch besser. Dann kannst du den nächsten Schritt machen. Das ist quasi, als wenn du auf dem Golfplatz stehst und bis zu einem gewissen Grad kommst mit deinem Holzschläger und dann irgendwann feststellst, warum schlägt der denn mit dem Carbonschläger deutlich weiter. Vielleicht muss man sich einfach mal mit der Physik auseinandersetzen und auch mit der Technik auseinandersetzen. Und irgendwann kommt dann auch ein Gerät um die Ecke, mit dem man das dann auch benutzen kann und umsetzen kann. Eine Sache wollte ich noch erzählen mit deinem Kollegen da in Berlin, was du gerade gesagt hast, der da hingeht, um in Songwriting-Camps teilzunehmen, um dann für sich besser zu werden mit seinen Songs und so weiter. Ich habe mal einen Tipp gelesen, der hieß, wenn du erfolgreich werden willst mit deinen Songs, dann verabschiede dich davon, sie selber zu singen. Weil Hintergrund ist, dass wenn man Sachen macht, dass man sie natürlich nur erfolgreich macht, wenn man sie zu 100 Prozent macht. Wenn du also Songwriter sein willst, dann wirst Songwriter. Wenn du Texter werden willst, wirst Texter oder wirst Singer, wirst Songwriter und Texter. Aber wenn du dann auch gleichzeitig noch der Typ bist, der sie singt, wirst du niemals erfolgreich werden, stand in diesem Tipp drin. Und irgendwie habe ich lange darüber nachgedacht und festgestellt, ja, ich glaube, der hat tatsächlich recht. Also wenn ich noch glaube, dass ich mit meinen eigenen Songs selber als Jonas Wagner irgendwie erfolgreich werde, davon kann ich mich verabschieden. Aber ein großes Kompliment wäre es schon mal, wenn ich einen guten Song schreibe und den zumindest jemand anders schon mal singen würde. Das wäre doch schon mal was. Liebe Leute, ich würde sagen, das war doch das perfekte Wort zum Sonntag. Ganz genau, so sieht es aus. Wo alle nochmal drüber nachdenken können, was sie denn jetzt in ihrer One-Man-Band, in ihrem One-Man-Projekt alles sein wollen. Oder was nicht? Jonas wird heute auf jeden Fall derjenige sein, der noch bis 16 Uhr sich die Ruhe antut und Löcher in die Luft guckt. Danach schreibe ich noch eben drei Welttipps. Genau, das kommt ja dann im Anschluss. Aber denkt dran, bis 16 Uhr noch die Übung, einfach Löcher in die Luft gucken. Ich werde noch bis circa 19 Uhr einfach im Studio sitzen. Auch gut, auch gut. Und werde fantastische Musik bar sein, worauf ich mich freue. Natürlich, wenn ihr das hört, ist es nicht Sonntag. Also doch, nee, stopp. Nee, also wenn ihr das hört, ist Sonntag. Und wenn wir das sagen, ist es nicht Sonntag. Jetzt bist du schon wieder mit der Zeit durcheinander gekommen, du Heini. Ja, also sonntags von 13 bis 16 Uhr muss Jonas natürlich was tun in Monopoly. Denkt dran, die Schlossallee muss gefegt werden. Aber ich werde Sonntag zwischen 13 und 16 Uhr auch nicht im Studio sitzen. Deswegen wünsche ich euch draußen an den Empfangsgeräten jetzt einen wunderschönen, ich glaube laut Wettervorhersage, habe ich in der App nachgeguckt, sonnigen Sonntag. Und ja, die letzten Worte heute natürlich aus dem schönen Süditalien. Ja, so ist es. Denn ich werde jetzt gleich hier, wenn ich die weitere Stunde offline mit Björn gesprochen habe, erstmal ein altes Klaus-Lage-Album rausholen und mir den Song Monopoly nochmal anhören. Dir und euch wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß. Wir sehen und hören uns die Tage wieder hier im Recording-Blog. Und bis dahin wünschen Björn und ich euch alles Gute. Die DRW-Versteher verabschieden sich für zwei Wochen und wir sehen und hören uns die Tage wieder. Bis dann. Tschüss, Gün. Ciao. Und Jonas.